Hier bauen wir eine Do-It-Yourself-Wasserrutsche. Wir bauen nie die gleiche Rutsche. Es macht tierischen Spaß und fühlt sich immer anders an. Die Leute krabbeln auf dem Teppichboden nach vorn und rutschen dann los. Nur im Liegen rutschen! Durch das Wasser wird die Reibung auf der Rutsche reduziert. Wir verbrauchen ungefähr einen Kubikmeter Wasser pro Stunde. Die Rutsche ist 50 Meter lang und am Ende befindet sich eine 1,20 Meter hohe Sprungschanze. Das ist das Becken. Es fasst etwa 45 Kubikmeter. Das ermöglicht Sprünge von bis zu 5 oder 6 Metern und man landet in schmutzigem und flachem Wasser. Ich hatte bei unserem Haus auf dem Land glücklicherweise Zugang zu einem See. Nachdem wir im Internet amerikanische Videos gesehen hatten, wo Leute so in den See sprangen, wollten wir das unbedingt nachmachen. Wir bastelten mit unserem Peugeot 405 eine Winde. Dazu schweißten wir einfach eine Allradfelge an die Felge des Peugeot. Damit hatten wir dann die längste Slip & Slide Rutsche der Welt gebaut. Und viel besser als die der Amerikaner. Das war im vergangenen Sommer im Departement Cantal bei einem Festival. Der Ort war ideal mit einem starken Gefälle an einem See in einer wunderschönen Umgebung. Die Leute amüsierten sich und machten riesen Bauchklatscher. Nachdem ich zwei Jahre lang in einem Büro gearbeitet hatte, mitten im Sommer am Computer mit der Klimaanlage über mir, wurde mir bewusst, dass ich lieber Rutschen im Freien bauen möchte. Mein Vater hat mich als Kind zum Heimwerken gebracht. Wir bauten Hütten im Wald und dann auch komplexere Dinge. Bleib im Rhythmus! Hey, wir haben bald kein Holz mehr! Jouffre ist mein Partner. Wir führen alle Projekte seit langem gemeinsam durch. Er war mein Nachbar auf dem Land und wir haben zusammen so manches angestellt. Sieht gut aus, oder? Wir haben als Kinderhütten im Wald gebaut und ständig zusammengespielt. Wir sind fast immer der gleichen Meinung, was bei solchen Projekten äußerst hilfreich ist. Es macht uns Spaß, alles selbst zu machen. Selber die Nägel einzuschlagen. Bei so einer Rutsche sind Bohrschrauber und Kettensäge die wichtigsten Werkzeuge. Und der Holzhörber natürlich. Quasi das Sieger-Trio. Wir können uns nicht dazu durchringen, etwas standardmäßig zu machen. Einfach eine Plastikrutsche made in China zu kaufen und sie in einer schönen Landschaft aufzustellen. Wir bauen etwas, das alle EU-Normen und Sicherheitsvorschriften erfüllt. Mit der Plastikplane polstern wir den Untergrund aus Holzbrettern. Die ganze Struktur ist mit Plastik überzogen. Die Maße, Naso, Pi mal Daumen. Schlimmstenfalls lassen wir sie im Fluss landen. Wirklich eine schöne Farbe für das Becken. Das ist alles, was man für eine Rutsche braucht. Das ist das erste Mal, dass die Rutsche nicht in einem See oder einem aufblasbaren Becken endet. Wir bauen ein Auffangbecken mit 45 Kubikmetern. Dazu verwenden wir etwa 20 große Strohbein. Die größte Sorge ist, dass es nicht dicht ist, dass es einen Leck hat oder dass die Beine dem Druck nicht standhalten und wegbrechen. Passt schon. Wir stabilisieren sie mit Spanngurten. Mal sehen, ob es klappt. Naja, es fehlen uns noch 30 Zentimeter. Jetzt wird getestet, ob wir das Publikum auf die Rutsche lassen können. Besser, wenn sich einer von uns aufopfert. Das macht uns einfach Spaß. Wir machen weiter, weil bei den Leuten diese etwas alternative Art gut ankommt. Wir leben in einer immer mehr genormten Welt aus Algorithmen und Robotern, in engen Bahnen. Diese Barrieren wollen wir sprengen. Wir wollen beweisen, dass man aus ein paar Brettern und Teppichboden etwas sehr sympathisches basteln kann. Das macht mehr Spaß als am Computer zu sitzen. Wir wollen das. Bis zum nächsten Mal.